Für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes Oka erhält die Stadt Goslar von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen eine Zuwendung in Höhe von rund 225.000 Euro. Darüber hinaus kann die Stadt mit einer Kofinanzierung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig von etwa 37.500 Euro rechnen. Die gesamte Fläche des Bahnhofsvorplatzes Oka soll künftig als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden. Als direkter Zugang für Fußgänger zu den Bahnsteigen wird in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerampel eine vorhandene Treppenanlage neu und breiter hergestellt. Zwei Flächen sind für Fahrradabstellmöglichkeiten vorgesehen. Zeitgleich wird die nördliche Bushaltestelle Bahnhof Oka in Fahrtrichtung Goslar barrierefrei ausgebaut. Die gesamten künftigen Gehwegflächen werden neu gepflastert. Auch die Straßenbeleuchtung steht mit insgesamt vier Leuchten auf der Agenda. Florian Rowold heißt der neue Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Oka. Er wird mit Wirkung zum 1. Juni für sechs Jahre bis zum 31. Mai 2027 zum Ortsbrandmeister ernannt und in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Er folgt damit auf Hans-Jürgen Bothe. Oberbrandmeister Hans-Jürgen Bothe war bereits 1972 in die Feuerwehr eingetreten und zuletzt seit 2015 Ortsbrandmeister. Florian Rowold war in dieser Zeit bereits sein Stellvertreter. Nun rückt der 36-Jährige, der bereits mit zehn Jahren Mitglied bei der Jugendfeuerwehr wurde, auf. Brandmeister Thomas Rademacher wird künftig der Stellvertreter des Ortsbrandmeisters sein. Goslar's Fußgängerzone bekommt ihr eigenes öffentliches WLAN-Netz vom Bahnhof bis zur Kaiserpfalz. Der erste Schritt ist nun gemacht. Mitarbeiter des städtischen Fachdienstes IT-Service schalteten den ersten Bereich rund um das Karstadtgebäude frei. Das Signal lässt sich nicht nur direkt am Wohngebäude, sondern teils auch im Inneren sowie weit in die angrenzenden Straßen empfangen. Weitere Hotspots werden im Bereich der Unterführung am Bahnhof, in der Rosenthorstraße, am Marktplatz, am neuen Kulturmarktplatz bis zur Kaiserpfalz folgen. Man kann sich dann überall im Innenstadtbereich ins WLAN GoFree einwählen und kostenfrei im Internet surfen. Man muss lediglich den AGBs zustimmen. Tobias Hoffmann, neuer Präsident der Industrie- und Handelskammer Braunschweig, war in der Goslarer Stadtverwaltung zu Gast, um sich in seiner neuen Funktion vorzustellen und mit Oberbürgermeister Dr. Oliver Jung und Dirk Becker, Fachbereichsleiter Finanzen und Wirtschaft, ins Gespräch zu kommen. Begleitet wurde er von Dr. Florian Löbermann, dem Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig. Die Gesprächsteilnehmer thematisierten insbesondere den Einzelhandel und vereinbarten, im engen Austausch zu bleiben. Tobias Hoffmann wurde im Januar von der Vollversammlung zum Präsidenten gewählt und damit zum Nachfolger von Helmut Streif. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH aus Längede im Landkreis Peine. Mit dem Rauchen aufzuhören ist eine echte Herausforderung, aber es lohnt sich und es ist dafür nie zu spät. Anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai erklären Mediziner aus verschiedenen Asklepios-Kliniken im Online-Gesundheitsmagazin Gesund Leben die wichtigsten Gründe für einen Rauchstopp. Auch die Asklepios-Harz-Kliniken sind mit dabei. Sie sind schon lange ein rauchfreies Krankenhaus. Nicht nur in den Klinikgebäuden ist das Rauchen längst verboten, auch auf dem gesamten Gelände der Standorte. Nur in ausgewählten kleinen Raucherpoints ist es gestattet. Rauchen kann viele unterschiedliche Schädigungen im Körper wie Asthma, COPD oder Lungenkrebs verursachen. Rauchen steigert das Risiko für entsprechende Erkrankungen stark. Da Rauchen die Belüftung, den Sauerstoffaustausch und die Körperabwehr in Luftwegen und Lunge beeinträchtigt, erhöht es außerdem die Risiken bei einer Infektion wie Corona. Am. 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 Vielen Dank.